Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich bin sehr schnell und breit! Pretty good! 86! 21! 74! 490! 15! 82! 38! 77! 69! Reich! Wegtreten! Sie werden Druck ausüben, untertragen müssen. Bist du eine Schwuchtel 82? Nein, Herr Strafverzugsbeamter. Unterschätzen Sie das nicht. Phase 3, Gefangene gegen Gefangene. Du putschst es hier absichtlich auf, hä? Schick mich am Arsch, du Wichser. Einige von Ihnen werden zwei Wochen auf wesentliche Grundrechte verzichten. Ich hoffe, hier hat niemand ein Problem mit engen Räumen. Seid, Herr Strafverzugsbeamter! Na, dann ist ja gut. Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle. Ja, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du stinkst, Mann? Wer in irgendeiner Form Gewalt anwendet, für den ist der Versuch sofort beendet. Ja, komm, schlag zu, du Mädchen. Schlag zu, du bist raus. Reich! Ist das klar? Ja, Herr Strafverzugsbeamter! Ja, Herr Strafverzugsbeamter! Das Experiment ưỐ und Opposition Förstd繩 Ihr Geschäft! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Ciao! ! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Vielen Dank.